ja liebe freunde innen ich bin ja auf dem parkdeck und ich habe jetzt hier so ein smartphone das hat mir der witzedietmar eingerichtet vielen dank noch mal lieber witzedietmar für das einrichten der hat mir auch die ganze zeit gesagt dass ich unbedingt ein smartphone brauchen jetzt habe ich es und jetzt brauche ich auch und ich habe jetzt festgestellt dass man mit dem smartphone auch filme drehen kann produzieren kann weil meine kamera ist mir letzte woche auf dem boden geknallt ist jetzt final kaputt gegangen und da habe ich gedacht was machen wir denn so ich habe da auf der straße so einen zettel gefunden da ist ein lied drauf das ist das lied vom händchen händchen klein meistens wenn die leute die singen die singen händchen klein aber hier steht händchen klein also sch tut mir leid leute händchen ja man kann auch händchen essen ja wir haben zum beispiel gestern erst händchen ein halbes händchen habe ich gegessen und jetzt wollte ich mal das lied ich sing es nicht weil die melodie kennt ihr ja ich finde es auch ein bisschen blöd die melodie händchen händchen klein ging allein einmal in die stadt hinein von der lügenpresse ganz verhetzt hat er die maske aufgesetzt kam der verschwörungstheoretiker angerannt nimmt das händchen bei der hand da besinnt sich das kind setzt die maske aufgeschwindend nimmt nimmt die mask ab ganz geschwindend dann gibt es noch eine zweite strophe händchen klein ging allein in die weite welt hinein einmal in die stadt hinein entschuldigung einmal in die stadt hinein vom corona leugnern ganz verhetzt hat er die maske abgesetzt kam der schutzmann angerannt langt dem händchen an den rand das der mund mit gemeint da besinnt sich das kind setzt die maske aufgeschwindend so das war das gedicht was ich da auf der straße gefunden habe oder diese umdichtung von händchen klein ich bin dafür immer schützt euch und andere maske aufsetzen ich will jetzt nicht sagen was tausend andere leute schon sagen was immer im fernsehen kommt jeden fall habe ich jetzt mal probiert hier so eine videoaufnahme mit dem ding hier zu machen ich glaube das ist mir ganz gut gelungen und jetzt erst mal hier bei dem park aus hier auf die toilette alles klar vielen dank und tschüss